Und wir wirst dich an einem unbeweißenbaren Koffer. Du kämpfst an zu zittern. Dir schlug der Atem. Deine Herzfrequenz. Das ist super, er ist gleich in diesem Koffer. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Du fährst 22, 21, und dann fährst du unbebremst. Das ist so krass.